Wir sind eine klassische Osteria, wie man sie im Freol überall findet, von der Einrichtung bis zur Stimmung, von authentischen Gerichten bis hin zur breiten Weinauswahl, einfach das Freol. Von Poschuto San Daniele hin zu Polpo, Calamari-Gegrillte, Schmorgerichte, genauso wie Pasta-Gerichte, einfach das Freol abbilden, so wie es kulinarisch sich darstellt. Wir sind im Zentrum des Regierungsviertels von Wien, die Fans des Freols sind unsere Zielgruppe, aber auch die Mitarbeiter der Büros der Gegend, von Politik über Verwaltung, die Justiz, sehr viele Freiberufler, die uns nach Büroschluss als Aperitivo-Paar nutzen, wir haben Prosecco vom Fass, wir haben Spritzgedanke oder uns auch zur Mittagbesuchung auf einem Mittagsteller, dafür sind wir da. Kein Fourth